Oh, der Mate geht down. JJ geht down. JJ geht down von Broken. Also, Secret auch. Nein, die sind auf dem Dach. Oh, jetzt mal gucken, was er macht. Mal gucken, was er macht. Die Nades fliegen weiter rein. Oh, warte mal. Jetzt kommt noch ein neues Team. Warte mal. Noch ein neues Team kommt hierzu. Warte mal. Welches Team ist das? Ach ja, Schoko. Schoko und Leon hat wieder auf dem Start. Äh, Venom wartet noch im Haus. Und Broken und Secret sind hier. Den Deck gegenüber. Feigen gegeneinander. Oh, beide gehen down. Schoko, Leon beide down. Secret und Broken holen Schoko einfach beide. Wir können noch mal kurz auf dem Killfeed gucken. Und hier hat Secret mit drei Kills. Broken mit zwei Kills. Und zusammen fünf Kills. Ich glaube, das Team würde den meisten Kills haben. Secret? Nee, wait, wait, wait. Oh, wait, doch. Broken richtig. Oh, hinter Mr. Chumper einfach. Mr. Chumper geht down. Mr. Chumper geht down von Broken. Broken. Wir haben jetzt zusammen schon acht Kills, glaube ich. Nee, wir haben zusammen schon acht Kills. Das ist Secret. Weil Secret ganz in der Nähe von Team 13 und Team 29 ist. Sie sind alle in der Mühe so ein bisschen in der Nähe. Oh, guck mal, ob der auf den Mann ertritt. Bei zwei Kills erst müsstest du bei schon als dritte sein. Okay. Secret pusht hoch. Secret pusht hoch. So, Gott, alles richtig confused. Aber Ghostclaw geht down. Nighthooks geht down. Secret holt Ghostclaw auch noch. Die müssen jetzt zusammen neun Kills schon haben. Also das Team ist schon auf jeden Fall schon mitgenommen. Auf jeden Fall werden die Team hier jetzt vom Boden gepusht. Merken sie es doch rechtzeitig. Ja, sie merken es rechtzeitig. Die werden vom... Oh, jetzt wird's schwierig. Die sind doch... Die eigentlichen sind dann auf dem Berg. Die anderen sind dann direkt mit Airbound Swing push. Okay, Broke gegen Desmond. Oh, Alter, er muss den Lahren halt. Hat ihn trotzdem noch geholt, ne? Wurde auch noch gefinished auf jeden Fall. So, warte, wir gucken nochmal auf die Kills. Auf zusammen sind sie schon zwölf Kills. Broke und sie wird zusammen zwölf Kills. 7, 18. Also ganz in der Nähe von der 18. Müssen sie ja gesehen haben. Sie sehen da oben in dem Berg. Und ich glaub, äh, Viking hat's nicht ganz gesehen, dass sie auf dem H4 sind, weil er konnte einfach das Ganze gewohnt werden. Jetzt ist es im 2 gegen 1. Ob er so in 21 kommt. Und wird von der Seite auf jeden Fall jetzt angeschossen von Broke. Broke kriegt aber auch ordentlich Damage. Kann er Broke holen? Uh, aber es war Toast. Ah, okay, gut. Aber 2 gegen 1 war dann doch schwierig. Da hat er's dann doch nicht geschafft. Und DJ am Broke und Secret. Ich glaub, die haben zusammen jetzt... Wir gehen mal bei Broke. Broke, ich glaub, ich glaub, ums Haus rein. Oh, Secret. Suffix mit Down. Suffix ist Down. Secret wird Suffix. Ne, Broke holt Suffix. Jetzt ist es ein 2 gegen 1. Jetzt ist es ein 2 gegen 1. Wir gehen auf... Wir gehen auf Siegwild. Secret push nicht rein. Team 21. Jetzt ist das der letzte Überlebte von Team 21. Oh, jetzt geht... Oh, jetzt geht Team 21 aufs Dach. Er kriegt noch ein bisschen Damage, aber nicht viel. Swigelf halt gegen Snoopy. Siegwild wird Snoopy und Godzabo. Einfach Team 12 komplett ausgelöscht. Und Team 12 da hoch. Wird halt nicht schwer, da hochzukommen. Wenn die anderen da oben sind, sind sie dann direkt weggeholen. Die Nades fliegen runter. Die Nades fliegen runter. Wir gucken mal kurz. Die Zone wird jetzt gleich verschwinden. Es ist nicht mehr viel Platz. Ähm, Gandalf... Oh, Gandalf... Gandalf landet instentot. Jetzt haben sie 14 Kills. So wie in der ersten Runde. Ich meine, wir können jetzt noch mehr machen. Jetzt wird die Zone komplett zugelehnt worden. Ich gebe sie erst. Oh, sie haben aber noch hier... Die wurden auch hier... Broke macht Ohrennicht Damage und Broke holt sie beide. Er war ein Double Kill und sie waren sogar noch im Heal-Ding drin. Holy Shit. Damit haben sie 16 Kills und haben jetzt nochmal den zweiten Win geholt. Und haben nochmal 2 Kills oben drauf gelegt. Haben jetzt nochmal 2 Kills mehr als vorher. Krank auf jeden Fall. Krank, krank, krank. 12. Team 4 hat bisher jeder runter gewonnen, Leute. Mal gucken. Aber so viele Kills wie sonst können sie nicht holen. Das können sie schon fast gar nicht mehr holen. 16 Kills hat sie sonst. Bekehrt auf jeden Fall an Anni-Lator. Schießt hier gerade auf Godzabo. Guck mal, wen kriegt er gerade? Macht hier einen Hit. Godzabo noch ein Happy. Damit ist... Lass uns raus. Siegut holt EOE her. Und meine Stimme gerade ist nah. Und Kliegut geht auch. Siegut holt... Alter, jetzt... Jetzt legen sie wieder los. Haben wieder zusammen 6 Kills auf jeden Fall. Jeder wieder 3 Kills. Warte, wir gehen nochmal rein. Weil jetzt werden sie wieder ein bisschen aggressiver. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen safe gespielt. Weil sie einfach nur eine gute Plation gebraucht haben. Um einfach dann overall den Sieg zu holen. Weil sie haben die ersten zwei Runden mit ziemlich viel Kills gewonnen. Wenn sie jetzt nur eine gute Plation holen. Jetzt noch ein paar Kills machen. Okay, sie pushen rein aufs Haus. Direkt hinter ihnen jemand. Hm? Was? Was macht der? War er stuck oder so? War er gerade stuck? Okay, er schießt auf jeden Fall. Oh, 2 auf dem Dach. Auf jeden Fall Kaxi down. Secret holt Kaxi. Und L&D gehen auch down. Beide genockt, beide down. Secret mit einem Double Kill. Zusammen jetzt 8 Kills. Gehen wir mal bei Lena rein. Lena hier oben auf jeden Fall. Plüschi geht down. Broken holt Plüschi. Nächster Kill von Broken. Und Secret, wir bleiben bei denen. 9 Kills wieder. Secret holt Deky. Das ist schon wieder der 10. 10 Kills haben sie jetzt einfach. Deky auch gefinished. Let's go. 10 Kills jetzt einfach schon. Sie können tatsächlich noch den Kill-Record packen, wenn sie jetzt so aggressiv spielen. Secret gedown. Secret knocked. Broken holt Venom. Broken holt Venom. Secret gedockt, gefinished. Broken jetzt Lonely. Jetzt Lonely. Jetzt mal gucken, kann das doch Lonely werden. Die sind wieder bei 11 Kills. Also ich glaube, overall sollte es für einen Win reichen, aber können sie alle 3 Runden gewinnen. 79 AP hat er. Warte mal, der Gegner ist unsichtbar. Der wird mir nicht angezeigt. Holy shit. JJ war auch. Komisch einfach nur. Aber es ist einfach der 12. Kills. Sie haben jetzt. Sie haben so viele Kills einfach. Oh, geht's da rum. Broken holt Mrs. Reaper. Oh mein Gott. Jetzt ist ein 1. Oh, nee, nee, nee. Das war gar nicht so gut. Lost. Learning. Wieder richtig lost gewesen. Okay, Henke und der Tudel sind schön hier im Haus. Aber Broken hat jetzt den Runden für sein Team, den 13. Kill. Lena, oh mein Gott, was ein Double Kill. Oh mein Gott, was ein Nova Double Kill. So verdient er auch, weil sie einfach so defensiv im Haus gestanden haben. Okay, Broken pushes auf Lena. Oh mein Gott, er wirklich... Oh, Lena, Lena jetzt. Oh mein Gott, nee. Oh mein Gott. BTF, noch mal mit 14 Kills, noch mal ein Win. Broken und Secret holen noch mal einen Win. Drei Runden, drei Wins, 14 Kills, 16 Kills, 15 Kills. Aber ja, der Gewinner, ähm, Secret und Broken ist heftig. Fett, also Fett ist GG auf jeden Fall. Die beiden, die haben heute komplett dominiert auf jeden Fall. Erste. By the way, you might notice that in spite of your numerous distinctive features, I never gave you a name like Scar, or Stripe, or Goliath. And that's because to me, you aren't special. You were special than Rats. Now they're dead. Okay. How'd you get to fall? Oh wait, oh wait. How'd you get to fall? Oh wait, oh wait. Oh wait, oh wait.